Das tragische Leben und das traurige Ende von Elvis Presley Elvis Aaron Presley wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi, geboren. Presley sollte ein Zwilling sein, aber sein Bruder Jesse Garon wurde totgeboren. Aus sehr bescheidenen Anfängen wuchs Presley zu einem der größten Namen des Rock'n'Roll heran. Presleys Familie, die von liebevollen Eltern aus der Arbeiterklasse aufgezogen wurde, hatte wenig Geld und sie zogen häufig von Ort zu Ort. Er war seinen Eltern, insbesondere seiner Mutter Gladys, zutiefst ergeben und wurde zu einem starken Glauben an Gott erzogen. Presley besuchte mit seinen Eltern die Assembly of God Church, wo die Gospelmusik für ihn zu einem wichtigen Einfluss wurde. Presley erhielt seine erste Gitarre 1946 zu seinem 11. Geburtstag von seiner Mutter geschenkt und hatte einige Jahre später seinen ersten musikalischen Erfolg, als er eine Talentshow an der Jumes High School in Memphis gewann. Nach seinem Abschluss 1953 arbeitete er in verschiedenen Jobs und verfolgte seinen musikalischen Traum. In diesem Jahr nahm er seine erste Demoplatte in dem, was später als Sun-Studio bekannt wurde, auf, und bald beschloss Sam Phillips, der Besitzer des Plattenlabels, den jungen Künstler unter seine Fittiche zu nehmen. Presley begann bald mit Tourneen und Aufnahmen und versuchte, seinen ersten großen Durchbruch zu erzielen. That's All Right war 1954 Presleys erste Single. 1955 begann Presley, eine Fangemeinde zu entwickeln, die von seinem ungewöhnlichen Musikstil, seinen provokativen Hüftbewegungen und seinem guten Aussehen angezogen wurde. Im selben Jahr unterschrieb er bei RCA Records einen Vertrag, den sein Manager, Colonel Tom Parker, ausarbeitete. Presley war in Fahrt, erzielte mit Heartbreak Hotel, seine erste Nummer 1 Single sowie sein erstes Nummer 1 Album Elvis Presley und unterzeichnete einen Filmvertrag mit Paramount Pictures, alles im Jahr 1956. Trotz des Aufruhrs, den seine sexy Tanzbewegungen verursachte, wurde er auch ein beliebter Gast in einer Reihe von Fernsehvereihe-T-Shows. Bald war Presley überall und arbeitete als Musiker und Schauspieler. Sein erster Film Love Me Tender, 1956, war ein Kassenschlager. Selbst ein Aufenthalt beim US-Militär konnte Presleys florierende Karriere nicht bremsen. 1957 erhielt er seinen Einberufungsbescheid und wurde im folgenden März in die Armee eingezogen. Er diente schließlich etwa anderthalb Jahre in Deutschland. Kurz bevor Presley nach Europa aufbrach, starb seine geliebte Mutter Gladys. Er wurde beurlaubt und kehrte zur Beerdigung nach Memphis zurück. Tief betrübt über ihren Tod kehrte Presley zum Dienst zurück. In Deutschland wurde seine Stimmung leicht gehoben, als er eine junge Teenagerin namens Priscilla Beaulieu traf. Das Paar verliebte sich und heiratete am 1. Mai 1967 in Las Vegas, Nevada. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee im Jahr 1960 nahm Presley seine Karriere wieder auf und stand mit dem Soundtrack zu seinem Film G-Blues bald wieder an der Spitze der Charts. Er fuhr fort, Musik aufzunehmen und in Filmen wie Blue Hawaii, 1961, Girls, Mädchen, Mädchen, 1962, und Viva Las Vegas, 1964. Obwohl seine Filme sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum oft ein Hit oder Miss waren, brachten sie einen Gewinn ein und die Soundtracks verkauften sich normalerweise gut. In den späten 1960er Jahren schien der rätselhafte Darsteller jedoch seine Attraktivität an den Kinokassen zu verlieren. Als Beweis dafür, dass er immer noch der King of Rock and Roll war, nahm er 1968 sein erstes TV-Special auf, das oft als 68er-Comeback bezeichnet wird. Er begeisterte das Publikum mit seinem Auftritt, der seine Talente als Sänger und Gitarrist unter Beweis stellte. Zu dieser Zeit schien auch Presleys Privatleben im Aufschwung zu sein. Er und Priscilla heirateten 1967 und bekamen im folgenden Jahr eine Tochter, Lisa Marie. Leider sollte diese freudige Zeit nicht von Dauer sein. In den frühen 1970er Jahren zerbrach Preslays Ehe. Das Paar ließ sich 1973 scheiden und Priscilla erhielt das Sorgerecht für Lisa Marie. Presley kämpfte auch mit anderen persönlichen Problemen, darunter eine wachsende Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Der einst dünne Rockstar kämpfte mit einem Gewichtsproblem, und sein destruktiver Lebensstil holte ihn in diesem Herbst ein, als er wegen Drogenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Trotz seiner persönlichen Hindernisse blieb Presley ein beliebter Anziehungspunkt in Las Vegas und auf Tour. Er trat bei seinem letzten Konzert im Juni 1977 in Indianapolis, Indiana, auf. Nach dem Konzert kehrte er nach Hause in seine Villa in Memphis, Graceland, zurück, um sich auf eine weitere Tournee vorzubereiten. Leider. Am Morgen des 16. August 1977 starb Presley im Alter von 42 Jahren an Herzversagen. Später wurde entschieden, dass sein Tod mit seinem Konsum verschreibungspflichtiger Medikamente zusammenhing. Presley wurde auf dem Graceland-Grundstück in der Nähe der Gräber seiner Mutter Gladys, seines Vaters Vernon und seiner Großmutter Minnie Mehud Presley beigesetzt. Auf Wiedersehen Elvis Presley